Der Finanztalk. Alle 14 Tage live auf Finanzmarktwelt. Die Finanzmärkte sind das Fieberthermometer der Gesellschaft. Wie lange halten die Megablasen die Wohlstandsillusion noch aufrecht? Roland Ullrich – Ökonom, Ex-Banker, Experte für Börsenpsychologie. Markus Fugmann – Historiker, Chefredakteur Finanzmarktwelt, Finanzentertainer. Die Entwicklung der Märkte geht uns alle an. Weil an der Börse unsere Zukunft verhandelt wird. Zwei erfahrene Profis geben Orientierung. Was die Welt im Innersten zusammenhält. Wir schauen hinter die Kulissen und öffnen Denkräume. Wir ordnen ein und erklären die Welt der Finanzen. Perspektiven aufzeigen. Globale Zusammenhänge verstehen. Die richtigen Fragen stellen. Boom & Bust. Check! www.finanzmarktwelt.de Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. Ihr Auge im Zentrum der Finanzen. www.finanzmarktwelt.de